Der Kanon oder präziser Marcel Reich-Ranitzkys Kanon ist eine Anthologie herausragender Werke der deutschsprachigen Literatur. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki kündigte sie am 18. Juni 2001 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel an. Unter dem Titel Kanon lesenswerter deutschsprachiger Werke als Opus Magnum seines Lebens. Die fünf Teile der Sammlung erschienen von 2002 an jährlichem Inselverlag und zwar erste Romane, zwei Erzählungen, dritte Dramen, vier Gedichte und fünf Essays. Die Zusammenstellung stieß neben Zustimmung erwartungsgemäß auch auf Widerspruch und Vorbehalte. Doch hält Reich-Ranitzki die Relevanzfrage für unverständlich, denn der Verzicht auf einen Kanon würde den Rückfall in die Barbarei bedeuten. Anführungszeichen Was nach Reich-Ranitzkys Meinung seinen Kanon gegenüber früheren Zusammenstellungen dieser Art auszeichne, sei. Dass sich sein Kanon an den Leser richte, wobei er die Hoffnung äußerte, dass auch Lehrer und Bibliothekare, Studenten und Schüler und jene, die sich mit der Literatur in erster Linie aus beruflichen Gründen beschäftigen, ihre Nutzen aus ihm zögen, Übersicht. Reich-Ranitzkys Empfehlungen werden unter dem Reintitel der Kanon. Die deutsche Literatur in Buchform mit Schutzkarton herausgegeben. Der Kanon Die deutsche Literatur Romane 20 Bände ISBN 3-458066780 Der Kanon Die deutsche Literatur Erzählungen Zehn Bände und eins Begleitbände ISBN 3-458067604 Der Kanon Die deutsche Literatur Dramen 8 Bände und eins Begleitbände ISBN 3-45806780-9 Der Kanon Die deutsche Literatur Gedichte 7 Bände und eins Begleitbände ISBN 3-45806785X Der Kanon Die deutsche Literatur Essays 5 Bände und eins Begleitbände ISBN 3-45806830-9 Die Empfehlung Bis 17. Jahrhundert Das Nibelungenlied Walter von der Vogelweide Gedichte Martin Luther Bibel Andreas Griffius Gedichte Christian Hofmann von Hofmannsweidau Gedichte 18. Jahrhundert Johann Christian Günther Gedichte Gotthold Ephraim Lessing Minna von Barnhelm Hamburgische Dramaturgie Nathan der Weise Johann Wolfgang von Goethe Die Leiden des jungen Wertherrs Die Wahlverwandtschaften Fausti Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit Gedichte Friedrich Schiller Kabale und Liebe oder Maria Stuart Die Schaubühne als eine moralische Anstalt Betrachtet Don Carlos über naive und sentimentalische Dichtung Wallenstein Balladen 19. Jahrhundert Johann Peter Hebel Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes Friedrich Hölderlin Hybrion oder der Eremit in Griechenland Gedichte Novalis Gedichte Friedrich von Schlegel Essayistisches E.T.A. Hoffmann Die Serafschensbrüder Heinrich von Kleist Die Markise von No Michael Kohlhaas Prinz Friedrich von Homburg Erzählungen Clemens Brentano Gedichte Adelbert von Schamissus Peter Schlemiels Wundersame Geschichte Josef Freiherr von Eichendorff Gedichte Ferdinand Reimund Der Verschwender August Graf von Platten Gedichte Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbusch Gedichte Heinrich Heine Gedichte Prosa Eduard Mörike Gedichte Georg Büchner Dantons Tod Wojzeck Lenz Theodor Storm Erzählungen Gottfried Keller Erzählungen Theodor Fontane Schach von Wotno Frau Jenny Treibel Oder Der Stechlin Ephibriest Friedrich Nietzsche Essayistisches 20. Jahrhundert Arthur Schnitzler Reigen Leutnant Gustl Professor Bernhardi Gerhard Hauptmann Die Ratten Frank Wedekind Frühlingserwachen Stefan George Gedichte Else Lasker Schüler Gedichte Heinrich Mann Professor Unrat Christian Morgenstern Gedichte Hugo von Hofmannsthal Der Schwierige Karl Krauss Essayistisches Thomas Mann Buddenbrooks Tonio Kröger Tristan Der Tod in Venedig Mario und der Zauberer Essayistisches Rainer Maria Rilke Gedichte Hermann Hesse Unterm Rat Karl Sternheim Der Snob Robert Walzer Jakob von Gunten Erzählungen Alfred Döblin Die Ermordung einer Butterblume Berlin Alexanderplatz Robert Musil Die Verwirrungen des Zöglings Tolles Talker Franz Kafka Der Präses Die Verwandlung Ein Bericht für eine Akademie In der Strafkolonie Ein Hungerkünstler Gottfried Ben Gedichte Georg Heim Gedichte Georg Trakl Gedichte Kurt Tucholsky Feitus Josef Roth Radetzky Marsch Die Legende vom Heiligen Trinker Stations Chef Heimerei Erzählungen Berthold Brecht Mutter Courage und ihre Kinder Leben des Kalili Kalendergeschichten Gedichte Erich Kästner Gedichte Anna Segers Das siebte Kreuz Der Ausflug der toten Mädchen Ödln von Horvath Kasimir und Karoline Peter Huche Gedichte Wolfgang Köppen Tauben im Gras Günther Eich Gedichte Max Frisch Tagebuch Humor Faber Biedermann Und die Brandstifter Montauk Arno Schmidt Die Umsiedler Die Seelandschaft mit Pocahontans Peter Weiß Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Maratz Dargestellt durch die Schauspielgruppe Des Hospizes zu Charonten Unter Anleitung des Herrn D. Sade Heinrich Böll Der Mann mit den Messern Wanderer Kommst du nach Spa Dr. Murkis Gesammeltes Schweigen Paul Celan Gedichte Friedrich Dürren Matt Ernst Jandl Gedichte Ingeborg Bachmann Gedichte Günther Grass Die Blechtrommel Katz und Maus Peter Rühnkopf Gedichte Hans Magnus Enzensberger Gedichte Thomas Bernhard Holzfeln Wittgensteins Neffe Eine Freundschaft Uwe Johnson Mutmaßungen über Jakob Sarah Kirsch Gedichte Wolf Biermann Gedichte Jurek Becker Jakob der Lügner Robert Gernhardt Gedichte Gedichte Gäste 1 Abol 1 11 7 12 12 14